die juli uli 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 was glaubt er kommt zu einem neuen video mit der wo cpi aragon frisch erler mein tacho ist kaputt gegangen morgen noch immer es ist früher morgen ich entnehme das nicht so übel mit mir und damit herzlich willkommen zu einem neuen video meine lieben freunde wir sind hier heute wieder mit der cpi aragon unterwegs ich hoffe ihr seht was ich hab lange kein vlog mehr gemacht und ja ich bin schon wieder voll raus ich hab die cpi mal wieder ein bisschen abgestimmt damit es so ein bisschen erwischt ja mit meinem tacho ist irgendwie nicht mehr viel los der hängt naja was soll es juckt das ist das beste auto jungs leute ich war heute mit der drohne fliegen richtig geil geworden die aufnahmen echt kann ich euch ja mal was einblenden ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin schaffe ich noch ich weiß nicht was seine mission hier ist aber Das war ein Überholmanöver der feinen Art So ungewohnt wieder mit der Kamera zu sprechen das ist heftig, weil ich hab jetzt drei Wochen oder so kein Video mehr gemacht Bei Ferien, ihr wisst bescheuert auf Baustelle mit Bohrmaschinen Halt nicht jetzt Hier muss man mal aufpassen, hier kommen manchmal Trecker rumgeballert Müsst mal gucken, ist hier heute ein Bauer unterwegs Also ich bin hier der Ich bin der fachhabende Bauer hier damit ihr Bescheid wisst Ich hatte ja auch schon mal die ein oder andere Begegnung mit dem und das ist halt erlaubt Also damit ihr halt Bescheid wisst Wir wollen hier ja nicht so lang ballern, Leute Leute, wir sind schon 1800 Abonnenten fast Das ist richtig geil Auf jeden Fall, danke, danke, danke Ich werde jetzt auch wieder aktiver Auf jeden Fall Ich hatte jetzt so eine kleine Phase Da hatte ich keine Zeit, keine Lust Aber jetzt Jetzt geht's geil los Ich habe Sticker auch dabei Falls man uns oder sich mal auf der Straße sieht Kriegt der Sticker Ich hab immer welche dabei Und ja Meine süßen Schnuckelhäschens Vielleicht finden wir ja mal die ein oder andere Person hier denen ich mal einen Sticker geben kann Weil ich kann euch die ja mal zeigen Was sind die hier? Oh, hier Kurve und nicht eine Hand Das wird nicht gut Ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier soll Wenn ich ehrlich bin Ach, mein Arsch 12 kmh, Alter Wir wollen ja auch nicht zu schnell werden Was geht da? Freunde der verrückten Unterhaltung Guck mal, wir machen jetzt was richtig Illegales Aber das müsst ihr für euch behalten Guck mal Ich hab so einen Kleber, ne? Heftig, oder? Ey, das darf man aber nur hier im Block, man Was ist deine Mission? Schatzi, ey Ne Das hat sie nicht gemacht Blinken ganz brav Heute unterwegs Alter Ich suche jetzt einen Platz Da unten Wir gehen jetzt da runter Oh Ey, Alter, warte mal Hast schon wieder voll bekloppt, Alter Ey, jetzt fall mir hier nicht um, ne? Nicht, dass deine Topverkleidung kaputt geht, ey Das wollen wir ja nicht Ja, Standgas ist auch ein Fliegen Oh, da ist er ja Und ich fahr hier mit dem Roller durch die Gegend Alter, wie krank Wer ist das? Da werde ich jetzt baden gehen, ne? Leute, ich war hier So, ich würde sagen, jetzt machen wir eine Geländetour zurück Das ist schon wieder eine kranke Sache Oh, ne, da gibt es Rentner Ich glaube, die scheißen jetzt richtig rum Ne, sind keine Rentner Korrekt mal Kennzeichen Ja, ja Also, Kinder Ich würde sagen, ich beende das Video schon mal vorzeitig Außer es passiert noch was cooles Weil dann würde ich euch nochmal hier, ne? Auf den Stand der Dinge bringen Und Ja Das war eine unterharzsame Geschichte, heute Ja Ja